Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und ich spiele heute mit Mont Blanc. So, jetzt kommst du mal bitte mit. Ich schieße am besten mal in den Himmel, da kann man am besten symbolisieren, dass er mit soll. So, wir müssen uns jetzt erstmal Ding machen. Wir müssen uns in ein Helikopter besorgen. Ihr seht schon, es ist mitten in der Nacht, es ist dunkel, es ist kalt, es ist regnerisch und ihr hört schon das Gröhlen der Maschinen hier. Ja, das hier ist mein PSN-Freund, das ist der Mont Blanc. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgebrochen, aber ich denke mal, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, man kann ihn natürlich auch leicht erkennen. Wir spielen natürlich auf der PS3, der geilsten Konsole der Welt und wir müssen uns jetzt irgendwo hinbegeben. Klar, ich will mit ihm auch ein Todesschaukel-Video machen, das will ich. Das will ich unbedingt machen. Am besten folgt er mir jetzt einfach. So, folgt mir jetzt einfach mal mit, weil wir wollen auch mit ihm zur Todesschaukel. Das habe ich mit vielen Leuten, glaube ich, schon gemacht jetzt und das mache ich mit ihm auch jetzt. Einfach mal zur Todesschaukel und ich hoffe, er versteht das jetzt auch. Weil wir müssen uns natürlich jetzt erstmal zurechtfinden. Es ist alles neblig hier. Ich sehe kaum, was die Sicht ist. Die Sicht ist unter 100 Meter. Aber wir sind, glaube ich, schon fast richtig. Da sind wir angelangt, meine Damen und Herren. Die Dead-Schaukel, die Todesschaukel. Und da springen wir jetzt einfach runter und öffnen unseren Fallschirm. Nein! Ach! Doch noch überlebt. Hätte ich so nicht gedacht. So, jetzt müssen wir erstmal hier in ein Auto hinein. So. So, aber ich glaube, ich muss erstmal hier in den Fallschirm ansehen, bevor ich irgendwas mache. So. Der Mond blank. Oh! Da springt ja richtig in den Himmel. Was gibt's ja gar nicht? Ich hab da was gesehen. Warte, ich glaube, ich geh mit ihm rein hier in das Auto. Wartet mal. So. Ich hoffe, er weiß, was er machen muss. Ja, genau. Denn da muss er hin. Und jetzt gehen wir mal wieder hoch und da rein. Und jetzt warte mal bitte auf mich. Weil ich will hier auch reinsteigen. Genau. So, wir werden versuchen jetzt mal hier zur Todesschaukel. Äh, wir sind schon an der Todesschaukel. Und jetzt fahren wir einfach mal weiter. Hat nicht ganz geklappt. Aus dem Grund fahren wir jetzt mal chillig weiter. Wir fahren hier den Weg entlang. Die Polizei ist da vorne auch schon. Hat uns aber noch nicht auf dem Radar. Sondern nur auf dem Radar von Mond blank. Och. Turn right. Jetzt gehen wir mal auf die Map und schauen mal, wo er hin will. Ah, er will nach da hinten. Was es immer da gibt. Nun ja, ein bisschen Fahrtunterricht kannst du auch nehmen. Nee, Spaß am Rande. So. Solange du keine Leute umfährst, ist alles in Ordnung. Nee, nee. Am besten gehst du zur Todesschaukel. Das wäre nämlich am besten. Jetzt einfach nach links vielleicht. Ja, ja, ja. Oh, wunderbar. Du kannst ja schon richtig hell sehen wie Albert Husson. Ja, genau. Das sind wir. Da will ich hin. Du hast mich erkannt. Oh, Mond blank. Das gibt's ja gar nicht. Wir müssen den Fallschirm öffnen. Und das haben wir auch getan. Jetzt fliegen wir zu unserem PSN-Freund. Und der ist gestorben. Wir natürlich auch. Wow. Ist das nicht krass? Ja, das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao. 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 Vielen Dank.